Mit einem Schlag bin ich sehr alt geworden und meine Verfassung entspricht meinen Lebensjahren. Dieser Zustand ist faszinierend. Er interessiert mich so sehr wie die Geschichten Unbekannter. Jetzt schreibe ich aber über mich. Italien! Cavalino! Ach, das war der Campingplatz. Das war der Campingplatz vom Auto, der mein Mann gearbeitet hat. Die Tanzstunde. Es war in der Tanzschule. Hat mir den Partner weggenommen und nur noch mit mir getanzt. Auf einmal scheint mir eine Welt voll von Namenlosen, mit dem ich mich nicht verständigen kann. Die Lücke im Gedächtnis ist quälend. Wie heißen Sie, liebe Gärten? Es ist mir fraglich, ob diese Stille hier sprechen will. Die Welt ist unrettbar verloren. Ich auch. Oder doch nur ich?